Hallöchen Leute und Willkommen zum Ragnarök Festival Vlog! Hallo! Da ist schon Captain Drunk. Was geht ab Leute? Einer meiner Übernachtungsgäste für dieses Wochenende, da hinten steht der andere. Wir sind gerade in Lichtenfels angekommen und werden uns jetzt gleich mal unsere Presseausweise holen. Und dann geht's rund, würde ich mal sagen. Yeah! Hallo! 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 so wir befinden uns jetzt auf dem campground und drehen da unsere runde ich habe mal für euch ein bisschen mitgefilmt sehr unhöflich dass ich die sonnenbrille aufhabe es tut mir leid aber es ist so verdammt hell die jungs sind schon stehen geblieben bei leuten ich guck da jetzt auch mal hin was tun die da was tun sie hier die menschen verstehen ich verstehe nicht das ist noch mal peinlicher ich mache mich jetzt unbeliebt und gestehe dass ich keinen alkohol schicke ne du machst dich bei mir nicht unbeliebt weil da bleibt mehr für mich hallo 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 okay hallo 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 So, wir waren gerade auf dem Konzert von Grimnar, Grimnar haben sie es ausgesprochen. Die waren wirklich gut, ne? Ja, und zu denen werden wir auch gleich nochmal hingehen. Wir laufen gerade zurück zum Festival. Der Mr. Herr Siffler müsste jetzt auch mal da sein. Der Mr. Herr Siffler. Mr. Herr von unserer Siffler. Das war's mit Grimnar. Jetzt sind noch die beiden dran. Wirklich nette Jungs. Das Material findet ihr dann bei Captain Drunk auf dem Kanal, was ich auch nochmal verlinken werde. Vielleicht lässt er mir auch ein bisschen von seinem Material zukommen, dann kann ich Ausschnitte davon reinschneiden. So, Hallöchen. Tag zwei auf dem Ragnarok Festival. Gestern Abend war echt spaßig, also für mein erstes Interview ist es echt ganz gut gelaufen und dann auch noch auf Englisch. Und ja, ich gehe jetzt aufs Festival, versuche die anderen noch zu finden und dann machen wir weiter Party, hätte ich gesagt, ne? Bis zum nächsten Mal. Hey, und wie ist es so, in einem Video von Dark Arts zu sein? Super, ganz super. Super, 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 super. Yeah, und jetzt seid ihr in meinem Video auch. Immer, immer diese Schleichwerbung. Ey, gehst du von meinem Zücht weg? Alles,確quischen die opposing Seite. Boitens Portuguese! Das Mal raus, passtra! Das Mal raus und sicher habt! Alles, stimmt! Alles, stimmt! 1-2-2-2- behöver. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich laufe jetzt gerade wieder zurück zum Festival. Ich musste mir jetzt mal meine Jacken holen. Ich habe so wie viele andere hier auf dem Gelände geparkt. Ich werde mir auf jeden Fall noch ein paar Bands angucken. Ich weiß aber nicht wen alles. Oder ob ich bei den Wikingern Party machen gehe. Denn die Wikinger machen eine 90er Party. Ja, sowas hat die Welt auch noch nicht gesehen. Ziemlich spaßig, da waren wir vorhin schon dort. Vielleicht schaue ich da dann nochmal vorbei. Mal sehen. Ich weiß nicht, wo es hingeht. Seid gespannt. Wir sind jetzt auf dem Rückweg zum Auto und fahren dann nach Hause. Tschüss Ragnarod. Tschüss Lichtenfels. So schnell komme ich nämlich nicht wieder her. Fazit vom Festival war auf jeden Fall cool und gelungen. Ich lasse L-Storm meine Abmoderation machen und möchte hiermit auch auf die Videos von meinen Kollegen aufmerksam machen. Dark Arts, Dark Siffler und Captain Drunk. Checkt die Videos aus. Und mein Festival-Fazit mit den ganzen Bands, die ich mir angeguckt habe, kommt in einem extra Video. Denn hier wäre es viel zu lang geworden. Schaltet ein und vergesst nicht zu abonnieren und zu liken und dann macht's gut. Ciao!